Herzlich willkommen zu dieser etwas besonderen Episode von Irgendwas mit Recht. Mein Name ist Marc Ohrendorf und ich produziere jetzt schon seit drei Jahren diesen Podcast hier für euch, zusammen mit ein paar netten Menschen im Hintergrund und natürlich jetzt seit Ende letzten Jahres in Kooperation mit LTO und LTO-Karriere. In dieser Spezialepisode würde ich ganz gerne mal die Gelegenheit nutzen, um ein kleines bisschen Danke zu sagen, einen Überblick zu geben darüber, was in den nächsten Monaten hier bei IMR passiert. Ja, und einfach mich auch ein kleines bisschen zu freuen und euch daran teilhaben zu lassen, dass dieses Projekt jetzt schon seit drei Jahren besteht und das auch so erfolgreich der Fall ist, was ihr natürlich möglich macht, da ihr hier regelmäßig einschaltet und diesen Podcast abonniert habt. Wir sprechen hier jetzt ein kleines bisschen über die Entstehungsgeschichte von IMR, weil ich das immer wieder gefragt werde, sage ich da mal ein kleines bisschen was zu sprechen, ein kleines bisschen über die LTO-Karrieremesse, die bald stattfindet, dazu dann gleich mehr und noch eine kleine Sonderankündigung in Form des Gewinnspiels sowie des IMR-Newsletters, den es auch jetzt bald, nachdem ihr diese Folge hört, geben wird. Erst aber mal vielen Dank. Vielen Dank an euch, die ihr diesen Podcast jetzt mittlerweile fast wöchentlich hört, runterladet, abonniert, Feedback schreibt, Kritik äußert, Lob äußert. Das ist für mich ganz toll und wirklich sehr, sehr bereichernd. Macht eine Menge Spaß. Vielen Dank auch an die ganzen netten Damen, Herren, Gäste, die hier teilnehmen. Denn ich darf, und das merkt ihr ja wahrscheinlich auch in den ein oder anderen Aufnahmen, immer wieder ganz viel Neues lernen von diesen tollen Gästen. Und keine Aufnahme ist wie eine andere. Und es kommen immer wieder, ja, verschiedene Berufsbilder zum Vorschein und verschiedene Perspektiven ins Ohr, erst bei mir in den Kopfhörer und dann bei euch ins Ohr, die ich so vorher auch noch nicht kannte. Der Austausch mit euch macht mir super viel Spaß. Also schreibt gerne weiterhin auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen oder eine E-Mail. Ich habe jetzt letztens eine Mail bekommen von einer Studentin, die meinte, sie studiert Jura unter anderem wegen diesem Podcast. Das ist natürlich ganz, ganz toll, wobei ich dann auch nur geantwortet habe, naja, dafür möchte ich jetzt nicht allein verantwortlich sein. Aber ja, ich freue mich, wenn das Ganze euch bereichert, euch Zukunftsperspektiven aufzeigt. Denn dafür ist das Ganze ursprünglich ja auch mal entstanden. Der Podcast geht übrigens zurück auf mein eigenes Referendariat vor einigen Jahren. Am Ende des Referendariats unterhielt ich mich mit einem Kollegen in der Arbeitsgemeinschaft. Ich hatte eine relativ klare Vorstellung, was ich machen wollte und er noch nicht so. Und dann meinte ich zu ihm, ja, pass auf, wer ist doch Inhouse-Jurist. Und er sagte, hey, was ist das denn? Und es stellte sich raus, dass beispielsweise dieser Job als sozusagen interner Berater, als Jurist in der Rechtsabteilung ihm gar nicht bekannt war. Was unter anderem damit zu tun hatte, Dass er sich hauptsächlich die vier normalen Stationen während des Referendariats angeschaut hatte. Und da eben, ja, noch gar keine große Idee hatte, dass man außer Richter-Dasein, Staatsanwaltschaft, Verwaltung und Anwaltschaft mit Jura noch was anderes machen könnte. Und das wollte ich ganz gerne ändern. Und so kam Ende 2017 dann das konkrete Format zustande. Und die erste Folge von Irgendwas mit Recht wurde dann im Frühjahr 2018, also jetzt vor gut drei Jahren, gesendet. Angefangen hat der Podcast an der Uni Köln mit Frau Prof. Dana Lieb, die ihr hier auch aus vielen verschiedenen IMR-Folgen kennt. Und dort damals noch an dem von ihr geleiteten Kompetenzzentrum für juristisches Lernen und Lehren. Und da auch nochmal hier ganz ausdrücklich, sie weiß es auch, aber dennoch ausdrücklich nochmal ein großes Dankeschön an Frau Professor. Denn ohne sie wäre das nie möglich gewesen. Ohne den Weitblick damals, dass auch Audio-Inhalte und Podcasts im juristischen Bereich eine zunehmend große Rolle spielen werden, hätte es das Projekt nicht gegeben. Sie war da auch eine echte Vordenkerin. Ja, und so kommt es, dass wir hier diesen vielseitigen und hoffentlich schön bunten Podcast seitdem machen. Jetzt dann seit Ende letzten Jahres, wie ihr das mitbekommen habt, in Zusammenarbeit mit der LTO und LTO-Karriere. Und da sei mal auf die nächste virtuelle LTO-Karrieremesse am 15. Juni 2021 hingewiesen. Ich verlinke die auch nochmal in den Shownotes. Die LTO-Karrieremesse ist ohnehin super, falls ihr im Studium oder im Referendariat oder kurz nach dem Referendariat steht. Denn da könnt ihr in ungezwungener Atmosphäre aus eurem Arbeitszimmer heraus ein paar potenzielle Arbeitgeber kennenlernen. Die stellen sich dort vor. Es gibt ein spannendes Rahmenprogramm mit ein paar Vorträgen. Ganz vielen netten Menschen. Schaut da mal vorbei. Unter anderem wird es aber auf der LTO-Karrieremesse am 15. Juni 2021 statt. Also haltet auch mal die Augen nach den anderen Terminen offen, falls ihr da vielleicht gegen Ende des Jahres Interesse habt. Wird es am 15. Juni 2021 auf der Karrieremesse eine Feedback-Session mit Frau Prof. Dauner-Lieb geben zu den Spezialfolgen von Irgendwas mit Recht, die wir jetzt hier gerade produzieren und veröffentlichen und die sich alle mit dem Thema gute Examensvorbereitung und gutes Lernen auseinandersetzen. Ihr werdet eine gute Stunde Zeit haben auf dieser LTO-Karrieremesse. Ich finde dann einfach wie so ein Zoom-Call statt, um Frau Prof. Dauner-Lieb und gerne auch mir die ein oder andere Frage zu stellen, Löcher in den Bauch zu fragen, vielleicht irgendwo was aufzugreifen, was wir in den Podcast-Folgen gesagt haben und so weiter. Es geht einfach darum, mal so ein bisschen in lockeren Austausch zu kommen und so könnt ihr dann, ja, ganz gut, denke ich, von dieser jahrzehntelangen Prüfungserfahrung von Frau Prof. Prof. profitieren. Also meldet euch an, LTO-Karrieremesse am 15. Juni. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos. Ihr könnt uns auch gerne die Fragen bereits vorab per E-Mail schicken oder per Nachricht auf Instagram oder Twitter. Dann greifen wir das Ganze auf. Außerdem gibt es, weil wenn es ein Jubiläum gibt, soll es ja auch Geschenke geben, gibt es ein kleines Gewinnspiel, in dem Fall also Geschenke für euch. Wir verlosen nämlich fünfmal das Buch von Prof. Dauner-Lieb zur guten Examensvorbereitung, welches sie zusammen mit Frau Prof. Sanders gerade veröffentlicht hat. Dieses trägt den Titel Recht aktiv, erfolgreich durch das Examen, worauf es im Jura-Examen wirklich ankommt und kostet so 30, 40 Euro. Könnt ihr jetzt hier fünf Exemplare gewinnen. Dazu, wenn ihr mitmachen wollt am Gewinnspiel, schreibt uns gerne einen Kommentar auf Instagram oder LinkedIn unter den entsprechenden Posts, der das Gewinnspiel aufgreift. Ihr könnt gleichzeitig auch einfach eine E-Mail schreiben an gewinnspiel-at-irgendwas-mit-recht.de. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Also Kommentar unter den Posts auf LinkedIn oder Instagram oder einfach eine E-Mail an gewinnspiel-at-irgendwas-mit-recht.de. Außerdem eine kleine Ankündigung, denn es wird von irgendwas mit Recht jetzt bald auch einen neuen Newsletter geben. Dort erhaltet ihr Hintergründe zu den aktuellen Episoden, nochmal so einen kleinen Blick hinter den Vorhang, vertiefende Inhalte zu den Episoden. Und das erlaubt uns unter anderem auch so ein bisschen mehr noch aktuelle Geschehnisse aufzugreifen, wo unsere Gäste vielleicht mal eine Rolle gespielt haben oder aktuell eine Rolle spielen. Also ihr bekommt dort auch Hinweise, wenn beispielsweise einer der Gäste von irgendwas mit Recht gerade was Interessantes, Neues veröffentlicht hat, irgendwo in einem anderen Podcast zu Gast war, ein spannendes Fernsehinterview gegeben hat und so weiter. Könnt ihr also noch näher dran sein an den spannenden Menschen. Schaut da mal auf irgendwas mit Recht vorbei. Gerne auch auf irgendwasmitrecht.de slash Newsletter einfach mal anmelden. Ja, in diesem Sinne nochmals vielen herzlichen Dank für eure ganze Aufmerksamkeit. Es macht, wie gesagt, eine Menge Freude. Wenn euch dieses Angebot gefällt, dann lasst uns doch fünf Sterne bei iTunes da. Das hilft. Und wie gesagt, abonniert den Podcast und zwar am besten in einer Podcast-App eurer Wahl. Also beispielsweise auf dem iPhone, einfach in der normalen Apple-Podcast-App oder auf dem Android in einem entsprechenden Pendant. Dann bekommt ihr nämlich die neuesten Folgen immer montags morgens. Da veröffentlichen wir hier aktuell automatisch auf euer Handy gepusht und könnt dann direkt mal reinhören. Das hat gegenüber Spotify im Übrigen den Vorteil, dass ihr dort Kapitelmarken habt. Ihr könnt also direkt zu bestimmten Kapiteln springen. Ihr habt Show Notes, das heißt vertiefende Links, die dann in eurem Browser aufgehen. Ihr seid nicht ganz so sehr im Spotify-Ökosystem gefangen. Aber wenn ihr das auf Spotify gerne hört, dann ist das natürlich auch komplett in Ordnung. Ansonsten, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut, folgt uns gerne auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, was immer es so gibt. Die ganzen Links findet ihr ebenfalls auf der Homepage. Und für diejenigen, die auf Clubhouse sind, dort haben wir auch einen Account. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Dann könnt ihr uns sozusagen auf demselben Kanal folgen und dort auch hier von mir hören. Bleibt uns gewogen. Empfehlt uns gerne weiter an eure Freunde, an Menschen, die ihr kennt, die auch Jura studieren, die vielleicht gerade im Referendariat sind. In diesem Sinne, macht am Gewinnspiel mit, falls ihr vor dem Examen seid. Ist ein super gutes Buch, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und ja, alles Gute und bis zur nächsten Folge dann auch wieder mit Gast. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.